Ja, wir haben ja eine Säge, dann können wir hier den Kanal mal benutzen. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich bin immer noch so eher der Fan gerade von der AUG. Also dann drück mal hier, ready. Mach ihn ja. Ich hab nur mein Equipment gechanged. Dill-dill, dill-dill. Au, ja, da meldet sich auch schon gleich der Sniper mit seinem Namen. Das ist so geil, hier ist Julian. Vom Rent-a-Sniper. Rent-a-Sniper, ich dachte, wie geil ist das bitte? War auch nicht schlecht. Das wär lustig, wenn der Trailer... Das wär lustig, wenn der Handeln fehlschlägt, wenn du nicht schnell genug ans Telefon gehst. Das wär irgendwie lustig. Das wird so übel nervig. Ja, und, und was dann? Police assault. Ja, und, und was? Äh, äh, ich wollte hier eigentlich gestohlene Bilder kaufen, aber, äh, die kamen nicht. Schaut mal da vorbei und mach die mal platt. Sechs, sieben, ne, es waren sieben, acht, neun, das sind neun tatsächlich. Ja, das eine lag noch auf dem Boden. Nice. Ja, das kannst du nicht auf den Boden werfen, das schöne Bild. Ist verpackt. Er war mal begeistert. Nein, nein, nein. Ja, ansonsten sagt er ja, bei acht sagt er immer so, so, very good und so und... Bei vier sagt er, ah, fair. Hm, na gut. Ja, wär ich auch enttäuscht, ne? Bei weniger als vier ist er, glaub ich, ziemlich pisst. Ich glaub, er macht das gar nicht. Bei weniger als vier kannst du ja gar nicht machen. Also das ja bei Monkey Mission hast du ja die Möglichkeit abzuhauen. Ja, stimmt. Äh, wenn du's, wenn du's halt total verkackst, wie jetzt bei Reds oder so, aber... Stimmt, ja, da hast du dann keine Möglichkeit mehr was zu machen. Ja, also da hast du nicht die Möglichkeit mit weniger als vier Bildern abzuhauen. Da brauchst du wirklich mindestens vier. Oder ist es halt verloren. Ähm, ja, wir haben sowieso gleich der Bullen da. Ja, mal schauen. Also es wäre wieder sehr, äh, schön, wenn keine Cops auftauchen würden. Aber... Boah, neun Bilder... Alter, hast du neun Kameras? Das ist schon übel, geil. Ja, ist halt herrlich für den letzten Tag. Ja. Es ist halt scheiße, wenn du wirklich nur vier Bilder hast, dann bist du voll am Arsch. Oh, so viel Geld, ahhh. Ja, gut, jetzt, äh, wann wir jetzt mal sehen, ob ein Ambush ist oder nicht. Wie sagt der Money Boy, Baby, I'm a rich, Nigga. Wer ist ein Nigga? Äh, ja, Ambush, oh shit. Oh, hi, Ammo, kannst direkt reinjoin. Oh, fuck. Ja, Harry ist, hat schon den Kanal aufgesagt. Ähm... Ach, stimmt, ja, 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 nice, 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 nice. Ja. Pass bloß auf, dass ein Sniper außenrum. Äh, Framing Frame, Overkill, neun Bilder. Joinen. Okay. Ah, Big Deal. Ich hab Big Deal freigeschaltet tatsächlich, nice, nice. Ich hab aber grade Soundfehler. Okay, schmeiß alle Taschen runter, ihr nehmt ein bisschen Schaden, wenn der runter geht, aber das ist alles noch im... Ne, äh, du kannst den Schaden glaub ich ja gar abfangen, wenn du auf dem Tor auf dem Tor spielst. Ach, ah, ja gut, hab ich nicht gewusst. Äh, jetzt seh ich auch zum ersten Mal diesen geheimen Tunnel. Wenn du auf dem Tor runterrutsch. Ich hab das... Äh... Oh scheiße, Taser, Taser. Und, äh... Kommt sofort runter, so. Falls geht, ich kann euch nicht helfen von dir unten. Ich bin getasert. Ich bin getasert. Ich bin getasert. Ich bin getasert. Ich bin getasert, verdammt. Harry, ja, ich bin getasert. Alter, wie bescheuert kann man denn sein? Ey, wirklich. Es war irgendwie ne halbe Sekunde bevor ich jetzt am Boden lach durch den Taser. Ah, die... Ich bin... Ich bin... Warte mal, ja, ich... Was? Wieso lieg ich denn? Okay. Der muss die letzten Sachen jetzt ersichern. Ah, fuck. Oh Mann! Wie bescheuert kann man denn sein? Ja gut, Harry hat jetzt das letzte... Die letzte Tasche... Jetzt haben wir nicht alle neun Säcke. Doch, wir haben noch eine Tasche oben. Nein. Äh, das... Ja, ja, die würden's wahrscheinlich auch einfach noch vorschleppen. Jetzt bewegen die erstmal die ganzen Taschen so vor. Ah, Mann. Mann, Harry, ja. Also der Kerl hier riecht mich drauf. Mann, ey, wirklich. Es kotzt mich an! Ja, der riecht mich auch ein bisschen auf. Aber warum ich gestorben bin, wenn ich runterfalle? Nehmt ihr überhaupt auf? Hallo? Ja, wir nehmen auf und sind schon total peinlich. Ja, wir sind mitten am Aufnehmen. Wir haben einen Sack... Wir haben neun Säcke, aber die Polizei... Aber der Typ ist runtergesprungen bevor er den neunten Sack runtergeworfen hat. Er hat beim Tag eins auch noch verkackt, weil er sich gesehen hat lassen. Ah, die klauen unsere Tasche. Das ist... Oh nein, die klauen unsere Tasche da vorne. Ja. Ja, ja, die klauen die neunten Sack runtergekriegt haben. Die haben schon die Taschen hier vorne geklaut. Die bei außen. Oh. Ja, wie die auch immer wissen, wo die Taschen gehen, gell? Oh, wo ist der? Ach, da hockt einer in der Ecke. Oh, Pistol Messiah, sei Dank. Pistol Messiah ist geil. Ja, ich hab ja auch schon Gaze. Ansonsten hast du nur eins. Das ist halt dann... Das heißt, wenn du einmal Akonikst kannst du dir helfen? Dann kannst du dir halt einmal helfen. Aber halt nur mit Pistolen. Der zählt auch die Striker halt dazu. Aber ansonsten halt gar nichts. Oh, Mist. Oh, die... Oh, die hocken hier schon im Raum. Mist. Er ist durch den Boden gefallen, hat er gesagt, weil er die Flashbang abgekriegt hat. Das stimmt. Ja, das haben sie auch gemacht. Die Flashbang gibt es so... Ultra... Ja, die hältst so unnormal lange, wenn du die Sonnenbrille nicht hast. Wer hat da diese Scheiß-Hurne drin? Also, die letzte Tasche wäre eigentlich egal. Die Bilder haben wir ja auf jeden Fall. Ah, die sind überall. Ah. Alter, das gibt 300.000 Roh. Oh, ernsthaft? Die haben die Türen geblockt. Ähm, was ist das denn jetzt? Was... was sollt'n das jetzt? Warum wird das so schwer, ja? Aber jetzt müssen wir mal, äh, schauen. Bulldozer! Bulldozer by Harry! Ja, ich schmeiß mal die Tasche wieder hier hin und mach mal den... Aber wo ist der Bulldozer da? Ah! Warte mal, ich hau' ich mal hier'n Medi-Back in. Ja, ich... Wenn man sowas verkackt, finde ich alles ein Profi-J... Ja, das ist ein Pro-Job übrigens, was wir gerade mal... Nein, das ist kein Pro-Job. Äh, das ist ein Pro-Job. Das würde ja dran stehen. Aber wir müssen die Taschen durchs Fenster rausschmeißen. Äh, wenn ich... Ne, wir können die Tür noch aufmachen. Also, du kannst die Tür aufmachen. Ah, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Gib mir Deckung, ich mach die Tür auf. Die muss nur an das Panel. Ah, sehr schön. Das ist kein... Das ist kein Profi-Job. Wenn ich Tab drücke, steht da nichts von Profi-Job. Das steht nur, äh, in der Lobby dann. Ich meine immer, das steht, äh, wenn du Tab drückst, steht da dran, das ist dein Profi-Job. Ah, äh, Bulldozer direkt außen. Äh, ich, äh, ich seh' nichts mehr. Dieses OP-Position, den geht einem so füße. Ja, ähm. Ja, ich bin auch geblendet. Bin am Boden. Ja, Flashbang, ich seh' gar nichts. Harrier liegt auch am Boden. Wir liegen alle am Boden. Ah, Wolf helft. Oh. Ich bin total im Kostfeuer, ich kann nichts machen. Mach mal nochmal. So wie es gerade auch. Nachdem, wie es gerade ausschaut. Ach ne, irgendjemand hält mir hoch. Bulldozer. Oh, die sind ja überall. Ah, ja, okay, das war's. Alter, der Bot braucht, ich werd immer nicht wiederbelebt, wenn der Bot mir hilft. Dir wird aufgeholfen, ja, toll. Na, kann ich vergessen. Na, funktioniert nicht. Na gut, ich kauf ihn nochmal. Na gut, dann müssen wir's nochmal von vorne machen. Äh, ja, 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 gleich, gleich, gleich. Ja, dann bitte jetzt. Äh, der Harrier ist übrigens grottenschlecht. Na gut, ist nicht so, als ob einem das nicht passieren kann, aber... Ja, das ist halt jetzt an zwei Tagen hintereinander gleich mal zwei solche Sachen. Ah, weil wenn das an Tag eins nicht gewesen wäre, dann hätten wir halt das an Tag zwei auch nicht gehabt. Das ist halt immer das. Ja, natürlich, das ist das echt lästiger dran. Was ist nochmal Pro-Job? Ah, das ist jetzt Pro-Job, ich hab's schon gekauft. Äh, Elefant, ja. Okay, war gut, er geht. Warte, bevor... Äh, Ambro, kommst du? Jetzt sind wir wenigstens das Handicap los. Ja, nee, das ist halt... Ah, ich weiß nicht. Ich verkrafte das halt einfach nicht, wenn... Ich sag ja immer, ja, okay, ich mach Tag eins, mach ich. Mach nichts, hockt auf dem Dach, mag die Karts. Ich mach das schon. Und dann regte ich mich jetzt halt so ultra auf, weil es halt jetzt einfach unnötig war, weil es halt einfach schon... Wir waren schon am Gehen am Schluss einfach. Ja, es war halt nur noch... Ja, und wir hatten neun Bilder. Waren überhaupt Laser da? Ich weiß gar nicht. Maximale Auszahlung. Ich hab keine Laser gesehen, also... Laser weiß ich gar nicht. Äh, ich zeig... So sieht übrigens meine G36 aus, ne? Mit, äh, super geilem Vordergriff, nem... Extra-Damage-Teil, nem Feuerspucker und nem, äh... Sniper, oder nem Scharfschützen-Schaft hinten dran. Sieht halt übertrieben geil aus, als es alles ist. Absolut geil aus, weil es absolut geil ist. So schaut's aus. Ja, ich hab... Naja, äh, ihr seht hier, guckt euch bitte die... Die AUG an, hier. Die AUG ist geil. Das ist das... Das ist der Lauf des Todes. Das Ding ist so irrelein. Ich meine, hallo, das Ding hat... Das Ding ist ein Monster, das hat hier noch ne Taschenlampe nebenher, ja? Ich muss gut sein. Ja, so alles wird besser, wenn ne Taschenlampe dran klebt. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, ne? Gute Optik richtet auch Schaden an den Gegnern. Ja, aber Taschenlampe brauchst du in manchen Missionen ja auch wirklich fast. Mhm. Also, wenn du da an Reds denkst oder so, wo du halt einfach, wenn dir das Licht ausschalten, ist ne Taschenlampe halt wirklich sehr hilfreich. Naja, also... Jetzt brauch man das nicht wirklich... Ähm... Wo war das hier? Big Oil? Am Ende. Ja, da halt auch. Da brauch man das, wenn du da jetzt die Schildweise irgendwie lesen willst und die schalten dir da das Licht aus. Hab ich eigentlich inzwischen mal ein Desert Eagle, äh, 16 round? Äh, 12 round heißt das ja? Ne, hab ich nicht. Scharfschützenvisier... Diesen übertrieben hässlichen langen Lauf. 5,7 mittlere Leistungsfähigkeit und hohe Kassitäten. Ja, Ambro, wo bleibst du denn? Ambro, wo bleibst du denn? Ja, jetzt mich nicht. Was macht ihr denn grade? Ja, wir, wir warten auf dich. Ach so! Wir schauen dir beim... Ich schick dir doch deswegen ständig deinen Weiz. Wir schauen dir beim Puppen in der Nase zu. Ich muss noch was klären, das kann noch so 10 Minuten oder so dauern. Ja, gut, dann... Mach mal mal Tag 1. Ohne, äh, den Gar zu alarmen. Aus, keine Ahnung, irgendwelchen Gründen. Der, der grad gestöhnt hat... Der, der grad gestöhnt hat, war übrigens Ghostface. Schön, dass du's rausgekriegt hast. Oh, da hat jemand zwei Monitore. Aha. Aha. Oh, Monitore. Die Franzose. Habst du doch euch ja ein Stäbchen vorm Gesicht, oder warum schnaust du so? Bereit für den Schuss? Okay, hör, 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 hör. Sie haben eine ungewöhnliche Sicherheit hier. Viele Charakterien. Ich hab das Achievement für den sauberen Deal. Ja, bei den neuen Bildern ist halt auch der Payout am höchsten. Gehst du wieder aufs Dach? Ja, du holst mich nicht mal ein. Ich zeig dir mal, wie man Schlösser knackt. Äh, ja, wenn ich jetzt C4... Ah, na, du hast mich schon überholt. Wenn ich jetzt C4 hätte, dann würde ich die Tür auch einfach, weil ich das nicht verkraften kann, dass mich jemand beim Schlösser knacken überholt, auch einfach aufsprengen. Das will mir dann auch egal. Kaufe ich die Mission halt nochmal. Ja, hast du... Du hast... Ah, doch, Kameraaufschaltung haben wir. Ja, ihr seht, der hat... Das hier ist ein Richman, der kann sich sowas lassen. Ja, ich geb halt nicht lauter Geld für 10.000 Wochen auf. Und die Laces sind zwischen Halle A, äh, zwischen Halle A sag ich schon, zwischen Halle D und E. Etwas Korrekt Sundays. Was hast ein... Was, was hatten denn bitte die Waffen mit Offshore zu�alidieren? Ach, das sind überall Kameras. Und, was auch. So, in Halle A seh ich schonmal gar nix. Hier ist ne Wache in Halle B. Seh ich auch schon keine Bilder. In Halle C sehe ich auch nichts. Und in Halle D sehe ich auch nichts. Ja, das sagt dir jetzt gar nichts. Du siehst ja nur ein paar Bilder. Wir haben jetzt schon zwei. Und aus den meisten Sichtwinkeln siehst du halt auch wirklich nicht den Sticker. Den Soul-Sticker. Der ist halt recht leicht zu übersehen, wenn du da mit der Kamera schief drauf schaust. Also du weißt, dass du zu viel Saints Row gespielt hast, wenn du in den Untertiteln von GTA 5 erschieße den Dildo statt erschieße den Dieb liest. Auf keinen Fall, hallo? Ich habe noch nie ein ernsteres... Es gibt nichts. Oh Mann, jetzt haben wir wieder... Beim letzten Mal war es eigentlich sehr schön, wie die ganzen Gards standen und alles. Und jetzt haben wir richtig miese Positionen. Erstens vom Blazer. Erstens haben wir einen. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, gar keinen, wenn ich mich recht entsinne. Ich finde aber nach wie vor... Ich finde nach wie vor, Saints Row sollte nicht für das Parodieren bekannt sein, sondern für die Tittenphysik. Äh. Ja, die Brustphysik zählt immer. Ambro sitzt da erst mal eine halbe Stunde und ist mit dem einen beschäftigt. Ja, klar. Ja, man muss doch das Wichtigste zuerst testen, ja. Bitte. Ja. Saints Row, da können die Älter, da kann ich nur der Superheld schließen. Superheld!